Reiser, die Tante hat ein feines Getränk dabei. Wir bauen! Dinner vorräumen. Zu Silvester, ja. Ja, wir haben Weihnachten. Das ist der erste Weihnachtsfeiertag, für den richtigen. Ja, der erste Dezember ist heute. Kompli Dezember ist Weihnachten, wir haben Weihnachten. Und die Show hier, das geht ja den ganzen Abend bis morgen, ja. Das ist Dinner für Reiser, also ich muss halt ein bisschen hochwattern. Reiser's Dinner, ja. Ja. Oder der neunmillionste Geburtstag. Ich bin ja unendlich jung. Reiser's Dinner, ja. Verstehst du? Das ist Etablieren für unseren Planeten, verstehst du das? Ja, andere Planeten, die Leute da sind, schon 50.000 alle. Unser Planet, ja, der ist total lächerlich. Wenn du denkst, du wirst keine 100, wirst du abschauen. Das ist sicherlich, verstehst du. Du wirst älter als 1000, ist ganz normal. Und das ist für den Planeten. Reiser's Tazad ist derjenige, der allen erklärt hat. Und wir sind damit im Zusammenhang mit Deutsch, oder? Lab, ja. Verstehst du? Planet Lab, ja. Weiser's Tazad, ah klar. Der richtige Kompliklogs, die er nennen möchte. Komplik, Seiler, Teiler, alle Menschen, die zugegeben sind. Sonst steht dafür hoch. Ist der Status. Ich bin der höchste Mensch, der zugegeben ist. Was soll ich sonst sagen? Ich weiß mehr als alle. Und ich bin ein richtiger Seite Büro. Was da zu stehen hat, das Büro. Was da schon steht, was stimmt, ist beinsided. Weil was da steht, was stimmt, hat da ja auch zu stehen. Ich bin ein elementarer Genie. Es ist immer alles Verhaltens. Ich bin der. Ich die Jot. Deswegen, mein jemand ist Lost. Ich tut jetzt die Komplik Satron. Ich nuestro Job ist St. Ich helfe Malikation.